Wir schreiben das Jahr 1628. Das Kriegsschiff Vasa, der stolz der aufsteigenden Großmacht Schwedens, steht zur Jungfernfahrt bereit. Mit ihren 64 Kanonen und zwei Portritecks gilt sie als das mächtigste Kriegsschiff der Welt. Neugierige Stockholmer und ausländische Gesandte säumen die Ufer der Stadt, um die erste Reise des Schiffes mitzuerleben. Die Vasa hieß die Segel und setzt sich langsam in Bewegung. Doch es kommt anders. Bereits nach wenigen Minuten beginnt der mächtige Koloss heftig zu schwanken, richtet sich nochmals auf, um dann schließlich vollständig zu kentern, obwohl eine leichte Brise herrscht. Das geschichtsträchtige Kriegsschiff wurde mühevoller Kleinstarbeit als Modell nachgebaut und von den Betreibern des Hotels Marlaval gekauft. Dort steht es nun als mehr als vier Meter langes Modell samt Besatzung. Schauen Sie es sich an, es ist auf jeden Fall eine Besichtigung wert.